Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen bei diesem MOOC. Ich freue mich ganz außerordentlich mit Ihnen, wenn Sie mögen, in den nächsten Minuten, Stunden, Tagen gemeinsam über Recht und digitale Wissenschaft nachzudenken. Mein Name ist Nikolaus Forgo, ich bin Vorstand des Instituts für Innovation und Digitalisierung im Recht an der Universität Wien und werde mit Ihnen gemeinsam diesen Kurs hier, diesen MOOC gestalten. Ich mache das nicht allein, sondern ich mache das mit Kolleginnen und Kollegen meines Instituts. Sie sehen hier ganz viele Menschen, das ist durchaus der Grund, warum ich Ihnen diese Folie zeige, denn die wichtigste Botschaft, die ich Ihnen da mitgeben kann, ist, jedes einzelne Thema, das wir hier behandeln werden, ist viel tiefer, als es auf den ersten Blick aussehen wird. Man kann sich mit jedem Thema, mit mehreren Personen, mehrere Jahre lang beschäftigen. Es kann also nicht das Ziel dieser Veranstaltung hier sein, Ihnen einen wirklich in jedes Detail hineingehende tiefe Kenntnis zu übermitteln, sondern einen Überblick und ein Gefühl dafür zu vermitteln, worum es in den jeweiligen Themenfeldern geht und wo man sich selbst orientieren kann und wo man dann vielleicht besser beginnt, mit Expertinnen und Experten zu reden. Ein großes Geheimnis kann ich auch gleich am Anfang noch entfüllen. Alles, was ich machen werde, werden Sie links auf dieser Folie hoffentlich nachvollziehen können. Sie sehen hier zwei Webseiten, mehr werden Sie mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit gar nicht brauchen. Die erste Webseite führt zum Rechtsinformationssystem des Bundes. Dort finden Sie einen umfassenden Überblick über das gesamte nationale Recht. Die zweite Webseite führt zum Überblick auf europäischer Ebene, ist eine Seite der Europäischen Union. Wenn Sie diese beiden Seiten besucht haben, dann finden Sie dort so gut wie das gesamte Material, von dem hier die Rede sein wird. Die enthüllende erste Botschaft dieses ersten Videos ist also das Repertoire, mit dem Juristinnen und Juristen arbeiten, ist sehr beschränkt. Wenn Sie dann allerdings doch an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr an Interpretation brauchen, dann hilft Ihnen vielleicht das, was auf der rechten Seite dieser Folie steht. Das sind Möglichkeiten, mit meinem Institut und mit mir in Kontakt zu kommen. Würde mich sehr freuen, wenn wir uns über diesen MOOC hinaus sehen, sprechen oder hören. Alles Gute!